Willkommen zurück zu einer neuen chinesischen Folge Infamous Second Son. Freut mich, dass du da draußen wieder chinesisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Ja, Straßenmusiker töten. Das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Ich will hier drüben die Basis irgendwie zerstören. Da hab ich Bock drauf. Da hab ich mega Bock drauf. Eigentlich sollte heute gar keine Doppelfolge kommen. Also wirklich. Die Leute waren heute irgendwie gar nicht am Start. Was ist los? Alle am Penn? YouTube wieder. Wir sagen einfach mal, es war YouTubes superböse Schuld. Wahrscheinlich wird das Video auch so gut wie niemand sehen. Deswegen schreibt jetzt mal einen Kommentar. Ich hab's gesehen. Schreibt einfach, ich hab's gesehen. So, wir kommen hier am besten hin. Komme ich hier hoch? Yo! Da bin ich. Oh mein Gott. Und das sind viele richtig böse Jungs. Komm schon, ich brauch ein bisschen Energy. Ach du heilige Kacke! So. Damit hätten wir schon mal ein bisschen was. Ein Heli, wirklich. Ein scheiß Heli. Und mein Controller ist beinahe leer. Leute, wir haben Probleme. Wir haben wirklich verdammte Probleme. Wir haben echt verdammte Probleme. Kein Juice im Controller. Und ein abgefuckter Haley. In der mich gerade total nass machen will. Ist irgendjemand gestorben durch die Aktion? Bam! Mr. Heli, Mann! So. Den werden wir los. Wow, 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 wow. Och nö. Ich wollte gerade ein bisschen Energie zwacken. Warum kann ich denn hier keine Energie holen? Ach, die Dinger muss man zerstören. Ich stehe davor, denke mir so, ach guck mal hier ein bisschen Neon. Ne, ist kein Neon. Den Quark hier musst du zerlegen. Okay, aber hier bekomme ich ja nichts. Hier bekomme ich ja kein Neon. Was irgendwie super nervt. Hm. Rauch bekomme ich hier aber auch nicht. Also, die Betoninsel einzunehmen ist nicht so easy, wie man denkt. Alles klar, wir zerkloppen die Dinger mal. Ich dachte, hier können wir ein bisschen Neon rausziehen. Weil das haben wir ja eigentlich auch bei diesem Bossfight machen können. Oh, guck mal, hier ist Rauch. Okay, die sind alle platt und erledigt. Ich muss den Heli loswerden. Aber mit normalen, regulären Schüssen kriege ich den, glaube ich, nicht klein. Zählen die Dinger da oben auch noch dazu, oder was ist das hier? Okay, warte mal, wir gehen mal weiter hoch. Ah, nee, ich sehe es schon. Okay, ich sehe es schon. Alles klar, wir ziehen uns ein bisschen Rauch. Und dann greifen wir den Heli an. Ich versuche es mal mit den normalen Schüssen hier, aber ich glaube, die bringen nichts. Oder? Funktioniert. Alright. Ich wurde überzeugt. Ich dachte schon, wir müssen die mit schweren Schüssen wegholen. Ah, Moment, hier rennt noch einer rum. So, jetzt habe ich Ruhe. Und jetzt können wir ganz easy alles zerstören. Na also, geht doch. Geht doch. Und es gibt Scherben. Und die brauchen wir, denn wir wollen ja upgraden. Wir wollen ja unbedingt upgraden. So, und dann hier noch ein bisschen bedienen. Na, wo hängen die denn rum? Die drüben. Aber wo ist das andere Ding? Ah, das hängt hier. Das hängt hier. Alter. Kann man die runterschießen, die Drohne? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Und wir wissen ja, mit der Rauchfähigkeit klettern ist sehr, sehr anstrengend. Ja, hier komme ich nicht mal hoch. Ganz glatte Wände. So, hier. Ich mache jeden fertig. Man sollte sich mir besser nicht in den Weg stellen. Wo bekomme ich jetzt ein bisschen Neon her? Perfekt. Komm schon. Hier muss irgendwo noch eine Drohne sein. Ah, hier drüben. Man muss irgendwie dagegen schießen. Durch die Druckwelle meines Jumps. Lecker. Ist die Drohne auch nicht irgendwie zerstört worden? Okay. Gehen wir mal zur nächsten Mission. Und holen uns die neue Fähigkeit. Hey, Delsen. Eugene, danke für deine Hilfe. Ich habe das Conduit-Versteck entdeckt und gehe jetzt rein. Keine gute Idee. Quatsch. Der Typ ist ein Conduit und kämpft nicht mal selbst. Wie schwer kann das sein? Nein, nein. Im Ernst. Geh da nicht rein. Ich melde mich, wenn es vorbei ist. Okay. Es wird Zeit für ein paar Neue. Okay. Hier werden also die Engel gemacht. Alter. Ich zerstöre da oben noch den Truck und auf einmal bin ich hier, zack, teleportiert ab in den Gully rein. Oh Mann. What the fuck? Bin ich jetzt in der digitalen Hölle? Ganz, was man von außen erwartet. Okay. Okay, okay. Ich denke mal, wir müssen hier einfach mal durch. Plötzlich Devil May Cry. Ach, du heilige Scheiße. Was ist denn das für ein Ding? Größer als er hofft. Ich bin der, der hier wohnt. Und du bist in mein Reich eingedrungen. Niemand dringt hier in dein Reich ein, okay? Ich will nur etwas von deinen Kräften. Okay, wie bekomme ich Energie? Wie bekomme ich Energie? Ist das hier drüben Energie? Ich glaube schon, ja. Dann gib mir mal den Juice. Au, 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 au. Alter. Ich bleibe einfach hier in der Ecke. Und jetzt wieder ein bisschen Juice. Was für ein Trip. Ich habe die Westen unten in deinem Reichsgebäude gesehen. Wolltest du da die Geiseln, die deine geflügelten Affen für dich entführen? Ich biete meinen Gästen Erlösung. Kein Leid. Hast recht. Gib mich nichts an. Ich will nur die Kräfte. Du suchst Kräfte. Doch du wirst nur Schmerz finden. Der ist ganz schön stabil. Ich ziehe dem irgendwie so gut wie gar nichts ab. Au. Holy Maroney. Mach der hier wieder seinen super Angriff. Aber natürlich. Nicht mehr so einfach ohne Lakai, der mit mir davon fliegt. Was? Es sei denn, du lässt die Plattform abstürzen. Alright. Ich habe Smoke. Okay, noch ein bisschen durchhalten. Und ich würde sagen, wir gehen. Hier mal drauf. Ja, sicher. Junge, du musst da raus. Du musst da raus. Oh. Verdammte Lava. Die gute alte Lava. Tja. Der will also eine Runde. Der Boden ist Lava spielen. So. Friss. Meine Rauchfähigkeiten sind auf jeden Fall deutlich stärker als meine Neonfähigkeiten. Ah, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ach nö. Der lässt die Dinger hier auch versinken. Ist da Kalimar. Und das war's. Keine Neonfähigkeit mehr. Okay, wir müssen hier drüben hin. Oh, 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 oh. Alles klar, Halbzeit. Das ist so mies. Sollte ich sein lassen. Das ist so mies, Alter. Komm schon. Gib mir den Juice. Okay, okay. Der Kram versinkt, oder? Ja. Der Kram versinkt. Nein, alles versinkt. Oh, er schießt mich wieder rein in die verdammte Lava. Chill doch mal ein bisschen, Alter. Und da ist meine Deckung wieder weg. War ja auch irgendwie logisch. Nein, nicht hier hängen bleiben, Kumpel. Alles klar. Verdammt, der Typ hält ja unglaublich viel aus. Meine Angriffe hier sind ja ein Witz. Absoluter Witz. Okay, ein bisschen Neon. Und das Ganze versinkt wieder im Boden. Okay, die Platte hier drüben bleibt, oder? Bleibst du? Yo. Ich hole mir direkt hier meine Rauchfähigkeit. Nein, 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 nein. Gib mir Rauch. Bam. Bam. Er hat sich schon wieder verpisst. Und direkt zurück ins Gefängnis. Ich gehe nicht ohne das. Jede Menge Westen, aber keine Westenträger. Was hat er mit ihnen gemacht? Tja, was hat er mit den besten Trägern gemacht? Erlösung. Erlösung kann vieles sein, oder? Er steht auf jeden Fall auf Enge. Er steht hart auf Enge. Ich will seine Kräfte haben. Ich bin deine Gegenwart, Leid. Okay, wohin? Gehen wir mal hierhin. Deine friedlichen Nannys können dich nicht ewig schützen, Kumpel. Du zögerst es nur hinaus. Och, komm schon, Alter. Ich brauche noch ein bisschen Juice. Das ist nervig. Sehr, sehr nervig. Okay, warte mal. Ich muss seine Engel wegholen. Er nimmt keinen Schaden. Ich mache so lächerlich wenig Schaden an ihm. Okay, Rauchfähigkeit muss her. Ich sehe hier irgendwie nur Neon. Gibt es gar keinen Rauch? Und alles versinkt wieder im Boden. Oh, hier ist Rauch. Egal, es hat sich gelohnt, hier nochmal schön aufzutanken. Oh, komm schon, ey. Okay, jetzt bin ich RIP. Obwohl, 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 obwohl. Obwohl. Alter, Dude. Verdammt, Dude. Verdammt, Dude. Verdammt, Dude. Verdammt, Dude. Verdammt, Dude. Der macht natürlich danach wahrscheinlich noch eine Runde. Ja, klar. Ja, klar, gibt es danach noch eine Runde. Alright. Und noch mehr Engel. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Weil er dich halt wirklich runterprügelt und du nichts tun kannst. Engel down. You are not my angel. You are not my fucking angel. Der ist perfekt hinter der Säule, der kleine Schlawiner. Gimme, 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 smoke! Hier geht schon wieder der Saft aus. Oh, der macht wieder seine Super-Explosion. Warum schwebe ich jetzt hier so gigantisch hoch? Oh, der macht sogar noch eine Runde. Kaum zu glauben. Oh, nein, 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 nein. Oh. Oh, verdammt. Wie schön, dass du mir immer ein bisschen Neon dalässt, Alter. Er ist auf jeden Fall schon mal nicht der Hellste, weil ich meine, das ist ja seine Welt. Er erzeugt die. Rein theoretisch hätte ich mir den Saft abdrehen können. Jetzt gönn mir doch mal eine Pause. So, er ist irgendwo da hinten. Einen Schuss. Einen guten... Einen... Toten Schuss! Ey, wenn ich jetzt draufgehe... Kotze ich. Ha, kotze ich, Alter. Oh, er hat ja wieder seine ganzen Schergen. Er hat ja wieder seine ganzen Schergen. Die alle wieder erneut besiegt werden wollen. Jetzt verreckt! Du mir nicht weh, der Herr Sinner! In der Schule habe ich versucht, dazu zu gehören. Im Hintergrund zu bleiben. Zu verschwinden. Aber die Schläger fanden mich trotzdem. Das tun sie immer. Der einzige Ort, an dem ich mich geborgen fühlte, war in Heaven's Hellfire. In diesem Spiel machte ich die Regeln. Ich konnte Engel beschwören, um die Opfer zu schützen. Und Dämonen, um die Schläger zu bestrafen. Aber die reale Welt, die, die konnte ich nicht kontrollieren. Zuerst habe ich sie einfach ignoriert. Bis zu diesem einem Tag, als sie es zu weit trieben. Als das D.O.P. kam, sagten sie, sie würden mich zu einer neuen Schule bringen. Für Leute, die wie ich sind. Anders. Sechs Jahre lang schlossen sie mich an ihre Maschinen an. Lies sie mich beschwören und hörte immer auf, bevor sie mich retten konnten. Dann dieser Unfall. Das war meine Chance, um... Um endlich völlig zu verschwinden. Wo mich niemand findet oder verletzt. Aber dann sah ich, wie sie mehr Leute zusammentrieben, die anders waren. Ich wusste, was sie ihnen antun würde und... Ich wusste... Wir müssen sie aufhalten. Delson! Delson? Okay, das nervt langsam. Das klang nach Ärger, also bin ich hergerannt. Ja, ja, alles klar. Danke, Mann. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Oh, doch, das habe ich ja. Da wir gerade dabei sind, du wirst nicht glauben, was ich jetzt kann. Wenn ich erst einmal weiß, was ich überhaupt kann. Jedenfalls hast du einen Kidnapper aus dem Verkehr gezogen. Oh, 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 Mann. Nicht Kidnapper. Er ist mehr wie ein... Retter. Delson, hör mal zu. Er hat verdächtige Conduits von der Straße geholt. Ja. Gegen ihren Willen. Das ist Kidnapping. Okay, lauf nicht weg. Erstmal danke, dass du Conduits gesagt hast. Und zweitens, warum bist du so ein Arsch? Na, fein. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Aber wir wissen beide, dass es besser ist, wenn er im Käfig sitzt. Verleiten sie Eugen oder Eugene. Erlösen sie Eugene. Natürlich verleiten. Natürlich. Aber das ist eigentlich jetzt gar nicht so eine böse Entscheidung, oder? Hey, warte mal eine Sekunde. Kann ich mal mit dir reden? Ich dachte, du bist auf der Seite des Rechts und würdest Leute nicht einfach ohne Prozess wegsperren. Hey, normalerweise wäre ich das auch. Ach so, das zielt also einfach nicht mehr, wann immer es dir gerade in den Kram passt. Ist es das? Schnapp dir doch eine rote Perücke und ein Trenchcoat. Dann nenne ich dich Augustine. Vielleicht nächstes Halloween. Cool. Gut. Gameboy da drüben und ich werden uns mal unterhalten. Von Conduit zu Conduit. Keine Normalos erlaubt. Gut. Ich bin draußen. Wenn du mich brauchst, okay? Oh, und danke für deine Hilfe, sonst hätte ich es nicht geschafft. Oh, doch, das habe ich. Doch, ich weiß. Ich war schon beim ersten Mal, ich weiß nicht. Hey, Eugene. Mein Bruder, was meinst du? Wollen wir zwei wie echte Conduits durch die Stadt ziehen? Du zeigst mir ein paar Videotricks. Ich zeig dir, wie man bei Mädchen landet. Und wir zeigen allen, was wir drauf haben. Also, ich würde gerne die Russen suchen, die die potenziellen Conduits bedroht haben, und zur Abwechslung mal die fertig machen. Alter. Du bist ja ein Partylöwe. Dann machen wir das. Okay. Okay. Wir erheben uns. Und bringen ihn bei, uns zu akzeptieren. Selbst wenn es sie umbringt. Ich finde es irgendwie gemein. Ich meine, ohne Scheiß, Reggie ist voll der coole Typ und er hackt immer so auf ihn rum. Ganz schön arschig. So, die Folge ist vorbei. Wahrscheinlich hat sie eh niemand gesehen. Ach ja, stimmt ja. Ja, stimmt ja. Ich kann gar nichts im Moment. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bewertung dalassen für mehr. Unterstützt das Ganze. Es ist wichtig für mich. Für euch nur eine Sekunde eurer Zeit. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.